so freunde voller elan melde ich mich zurück hier aus der hall of fame und wir haben ein training na guck im fielding training na das ist doch mal was ich glaube mit in der karriere habe ich glaube ich nur nur diese blöde branche plakette bekommen doch für dieses schlag training in meinem anderen ding mit dem outfielder gold ja ja genau schlagen genau so mit 3000 punkte oder so da war ich echt sehr souverän aber da war ich auch gestern gut drauf das auf der 1 und auf der 2 einmal durchlassen bitte ist ja auch irgendwie nicht gut im feld catch not made ach echt jetzt ein aus runner auf der 3 fängt er auch was jetzt mal ohne scheiß irgendwie macht er gerade so ein bisschen den eindruck als als hätte er ja so eine tube klebstoff intus so wow ein aus basis loaded also das ist eine double play situation zack und zack keine ahnung ob er ausgemacht hat aber das interessiert uns jetzt ja nicht kein aus runner auf der 2 und auf der 3 so kann man natürlich wunderbar trainieren wenn er nichts fängt was soll ich jetzt noch machen kann ja nicht mehr machen als zum ball gehen so kein aus runner auf der 1 ganz klassisches double play ja hallo was eine pfeife wirft er nicht silber zwei aus also ein ganz klassisches machen auf der ersten base lang lang sehr schön zwei aus also auch wieder auf der ersten oder auf der 2 machen das ist natürlich je nachdem wo der ball hinkommt wobei wenn er hierhin kommt ist das natürlich um fly out schön ein aus basis loaded das müsste dann ein double play sein also auf der 2 auf der 1 das wäre schön aus der drehung der passt und der ist überworfen das ist sehr schade im spiel wäre das natürlich jetzt wieder fatal hier haben wir das aber relativ gut oh gold guck mal 200 trainingspunkte schweigert aber immer eine goldene plakette wollten wir ja schon immer mal haben oder habt ihr nicht zuhause gesessen und gesagt hey wieder mal eine zeilungen wir werden род hier über training gold gold dealing trainingéricion training session gold plakette plakette plakete rolegt robert robert Boah, was für dreckige Statistiken, ey. Ein Hammer Average, keine RBIs, ach ja, danke, aber für den Schlagschnitt ist das natürlich ein Witz, ein absoluter Witz. Naja, komm, lass mir in Ruhe. Bin warm. Scheißegal, ich schlag die sowieso dahin, wo sie sowieso wieder jeder fangen kann. Äh, ein Out, einer auf eins. Na guck, und da beschweren wir das. Da bin ich heute. Den möchte ich nicht. Wir sind viel souveräner hier am Schlagwerden. Das ist das Problem. Die Pitcher haben keine Eins vor uns. Ja, genau. Hauen wir einen ins Outfield. Äh, ne, ins Aus. Früher. Ja, der war früh. One and two. Konzentration. Nein. Na, da bin ich nicht da schlagen. Das wissen wir alle. Komm, ist egal. Kann passieren. Kopf frei bekommen. Einmal schütteln, weiter geht's. Scheiß drauf. Ich sehe sowieso nichts. Alles gut. Das könnte hier nützes DP werden. Ja, oder wir machen nur den einen. Okay. So, auch zwischen uns beide wieder. Und gut, dass er den überhaupt noch bekommen hat. So. Komm, lass mich hier am, äh, an den Schlag. Ich muss nicht. Ich brauche, ich habe das Gefühl, gleich passiert was großartiges. Ich kann's nicht erklären, aber... Es kribbelt in den Fingern. Hätte das? Lass mich... Ja. Wunderbar. Und sogar noch einer auf drei. Wow. Jetzt gibt's was. Freunde. 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 Ich rieche es. Oh. 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 Es ist wahr. Unglaublich. Ab jetzt nur noch so. Nur noch auf die Kacke hauen, denn ihr seht, es haut hin. Es hat mich umsonst gekribbelt. Wo war ich nicht sicher, wie noch wirklich die Fingern waren. Aber irgendwas hat sie kribbelt. Homerun. Unser erster Double-A-Homerun. Dabei war der gar nicht so gut getroffen, alles. Zu früh, ne? Eigentlich zu früh. Auch vom Gefühl her, als der Kontakt hergestellt wurde, dachte ich so, oh, das wird ein Foulball oder, ne? Homerun. Oh, lässt er sich feiern. Ich glaube, ich bin da. Man muss jetzt ja auch nicht übertreiben, ne? Eine lange, lange, lange Durststrecke liegt hinter uns. Und, ähm, endlich konnten wir uns ein bisschen befreien. Unser Team führt 3-0 und, ach, sofort wieder hier. Progress plus, plus, plus. Ja, und, okay. Das ist hier Euphorie geschuldet. Jetzt will er natürlich direkt noch einen raushauen. Und das ist jetzt natürlich für so einen jungen Burschen. Wie Liriano. Oh, Mann. Endlich mal wieder ein Erlebnis. Was relativ erfreulich ist. Wir fähr hier eigentlich nur hier, Breaking Balls? Ne, das war sogar ein Fastball. Okay. Okay, fun. So, ich konnte. Aber gib mir mal 14 Punkte, weil es einfach gut war. Wo wir die schlechten Pitches eigentlich bis auf dem ersten direkt weggelassen und dann, äh, Kontakt hergestellt. Ich hätte hier auch durchrutschen können. Und dann hätten wir wieder noch einen Basshit gehabt und alles wäre tutti gewesen. So, und hepp und auf. Sehr schön. Ach, neue Energie getankt. Neue, neues Selbstbewusstsein getankt. Alles hier, Freunde. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Und ich hatte es im Gefühl, als hätte ich euch belohnt. Sie werden natürlich die einen oder anderen sagen, ey, du hast bestimmt nachträglich kommentiert. Denen kann ich nur sagen, nee, Schnauze. Hab ich nicht. Ich hab's gerochen. Ich hab's im Urin gehabt. Was spürt, Mann? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Zwei Leute. Kein Aus. Eins und zwei billig. Was ist hier denn los? Ich bin sogar ein Lefty. Na, den darf ich nicht nehmen. Siebte Innen. 4-3 nur noch. No. No. Wobei ich da nicht so sicher war. Eigentlich hätte ich schon fast wieder geschwungen. One and one. Wow. Sogar gut. Aber trotzdem kriegt er den nicht ins Feld. Was war's denn? Ach, der dritte Pitch sind die zweite und dritte waren beides Fastballs, ne? Doch. Das war ein Sinker. Alles klar. Hätt ich weglassen sollen, aber mit Chain Drops hab ich echt Probleme. Aber auch mit Curveballs. Keiner Curveballs? Nein. Aber Sinker. Ich muss aufpassen. Jo. Foulball. Shit. Ja, den kriegt er ja nicht, ne? Ja, genau. Change Up zu früh. Wir zwingen ihn zu Pitches. Sehr gut. Two and two. Two and two. Das ist ein Fastball, oder? Two and two. Warte mal. Puh, Freunde der Sonne. Wir brauchen ja nur ein Base Hit, um, ja, die Jungs in Scoring-Situation, die Scoring-Position zu bringen. Nein, nicht so. Und es war schon wieder der verkackte Change Up. Mann, wenn ich den anständig vorbeilasse, sind wir in einer echt komfortablen Position. Aber nö. Da gibt's ein Full-Count und wir können uns angucken, was er zu bieten hat. Und ich versage erneut. Ach, dabei fühlt es sich, ja, diese Battle zwischen mir und dem Pitcher fühlte sich ganz gut an. Am Anfang wieder alles versaut, aber dann echt nochmal die Kurve, ach ja, ärgerlich. Vier, drei, acht, der Inning, zwei Outs, erst belegt. Mal gucken, dass wir die Gegner jetzt relativ zügig ausmachen. So ist es. Und dann können wir hier unsererseits nochmal gucken, ob im neunten was geht. Nein, tut es nicht. Und der Gegner muss jetzt mit einem Out schon mindestens noch einen Run machen, um extra Innings zu erzwingen. So, das wird er nicht. Komm, komm. Das ist das zweite Out. Und jetzt haben sie nur noch eine Chance. Extrem spannender Moment. Und da ist der Pitch und da ist der Hit. Und der Ball auf die Eins und das Aus. Das Spiel ist aus, 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 aus. Au. Und da freuen sie sich und feiern ihren Sieg. So langsam aber sicher, ja, wird es auch im Team ein bisschen besser, ne? Aber das ist ja klar, wenn wir besser in Schwung kommen, dann kann auch mal so ein Ruck durchs Team gehen. Und ist ja in Ordnung. Finde ich gut. Hoffentlich erhält sich dieser Trend. Wäre wünschenswert. So. Mal gucken. Was haben wir denn jetzt im Endeffekt gemacht? War das jetzt halbwegs? Eins für vier ist natürlich auch wieder, ja. Aber immerhin, Home Run, zwei RBI, ein Run. Passt, komm. Wir müssen jetzt hier auch nicht gierig werden, oder? Oh, und vor allem, ich habe es gespürt. Ich habe es gespürt. Ich wollte es auch so unbedingt. Ich will, dass ihr auch irgendwie was zu sehen bekommt. Weil im Moment ist das ja, kann ich mich ja nur entschuldigen, was in den letzten Folgen passiert ist. Ja, ist. Entschuldigung. Das ist ja nun schon doppelt entschuldigend. Ihr seid schuld. 30 Punkte für den ersten, äh, Double A Home Run in meiner, unserer Karriere. Ähm. Und 49, 50 Statistik sehen wir oben. Das heißt, noch ein Sieg und wir hätten eine ausgeglichene Statistik wieder. Ach, so. Das tut doch schon der geschundenen Seele, der geschundenen Beta-Seele, äh, ja, dann doch noch gut. Dass wir das Ding jetzt hier irgendwie noch gedreht bekommen und die Karriere in die richtige Bahn lenken. Oder? Wäre wünschenswert. Freunde, ähm, ja, immerhin mal wieder was Erfreuliches. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Folge. Und, äh, der Trend zeigt nach oben und es wird so weitergehen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Macht's gut. Tschaui.